Viele interessiert es natürlich immer, wie viel Geld ich investiere oder auch worin. Doch in Teilen ist das wohl nicht immer eins zu eins umzusetzen, wie der ein oder andere bereits schon angemerkt hat. Deswegen beginnen wir heute mit einer ganz besonderen Videoreihe in einer Kooperation mit mehreren YouTubern, nämlich wie jeder ohne großes Einkommen oder Vermögen stressfrei und auch erfolgreich an der Börse investieren kann. Alle Teilnehmer dieser sogenannten Sparplan-Offensive werden verschiedene Strategien präsentieren, damit ihr die passende für euch finden könnt und gegebenenfalls adaptieren. Freundlicherweise wird das Ganze von der Konsorsbank unterstützt, dazu aber gleich noch ein paar Worte mehr und Details. Ziel ist es, mit dieser Sparplan-Offensive den maximalen Nutzen aus mehreren Investmentstilen zu zeigen, damit ihr erfolgreich und mit Spaß an der Börse agieren könnt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wie kann man auch im kleinen Rahmen erfolgreich an der Börse sein und investieren, wenn man keine tausenden Euro auf der hohen Kante hat oder keine Sparrate von 60% wie viele Fokalisten? Viele denken sich, alles schön und gut, aber mit meinem Lifestyle passt das Ganze nicht zusammen. Und meine Lebensumstände sind aktuell auch viel anders. Deswegen haben wir uns mit der sogenannten Sparplan-Offensive aus einem Verband von YouTubern etwas einfallen lassen, wie jeder stressfrei und erfolgreich investieren kann. Und wenn euch das gefällt, beziehungsweise ihr stressfrei und erfolgreich investieren wollt, dann klickt doch mal den Like-Button. Jetzt fragt ihr euch aber sehr genau, was hat das mit der Sparplan-Offensive auf sich überhaupt? Und wie soll das Ganze funktionieren? Außer welche YouTuber stecken wirklich dahinter? Aber alles der Reihe nach. Gleich noch mehr dazu. Bevor wir loslegen noch ein ganz wichtiger Punkt, der mir besonders am Herzen liegt. Weil mir der Mehrwert für euch, die Ehrlichkeit und Authentizität besonders wichtig sind. Wie man schon in einigen meiner Videos gesehen hat, wo ich meine Ausgaben zeige oder meine monatlichen Investments. Ich berichte immer wieder über Produkte, die ich selbst nutze oder meinen eigenen Freunden oder Familie weiterempfehlen würde. Das oberste Credo ist dabei auch immer, der Mehrwert für euch geht immer vor der Provision. Und jetzt habt ihr vielleicht gesehen, dass dieses Video von der Contrast Bank unterstützt wird. Und ich habe tatsächlich lange mit mir gerungen, ob ich überhaupt sowas machen soll oder auch nicht. Ich hätte aber nicht daran teilgenommen, wenn ich nicht den Mehrwert für euch da hinten dran sehe und 100% hinter der Sache stehe. Zudem weiß wohl der ein oder andere, dass ich schon lange mit der Contrast Bank zusammenarbeite, beziehungsweise dort auch selbst aktiv als Anleger vertreten bin. Diese ganze Sparplan-Offensive wird mit 3000 Euro von der Contrast Bank unterstützt, welche wir als YouTuber frei investieren dürfen, um euch zu zeigen, welche Wege es zum Investieren an der Börse gibt. Ich weiß, in anderen Branchen sind solche Sponsorings natürlich gang und gäbe, doch im Finanzbereich ist es wohl nicht so häufig oder geläufig. Deswegen bin ich auch mal auf euer Feedback gespannt, wie das so bei euch ankommt. Das lag mir auf jeden Fall am Herzen, hier nochmal einen besonderen Hinweis zu geben. Schauen wir uns jetzt mal die Spielregeln der ganzen Challenge-Sparplan-Offensive genauer an. Die Spielregeln für die Sparplan-Offensive der Contrast Bank lauten wie folgt. Also die drei YouTuber, nämlich Aaron von Homo Economicus, Thorsten von Aktienfinder.net und meine Wenigkeit Talabox bekommen jeweils 3000 Euro von der Contrast Bank. Jeder von uns drei wird jetzt bei der Sparplan-Offensive ein Jahr lang monatlich 250 Euro investieren und das über Sparpläne mit verschiedenen Strategien von Aktien bis ETF-Sparplänen und so weiter und so fort. So könnt ihr die verschiedenen Strategien direkt miteinander vergleichen und sehen, welche Wege führen nach Rom und was kann ich eventuell für mich da adaptieren. Sie sind natürlich keine Empfehlung oder zwingen euch nicht zum Nachmachen, sondern dienen lediglich zur Information. Thorsten von Aktienfinder wird sich natürlich hauptsächlich mit Aktien beschäftigen und dabei dynamisches Wachstum mit und ohne Dividenden berücksichtigen. Aaron von Homo Economicus hat das Ziel 10 Aktien zu A25 Euro zu bestaren mit der Strategie aus dem Buch High Return Low Risk. Für mehr Informationen zu den beiden Strategien bzw. Videos werde ich natürlich auch nochmal die Kanäle unten in der Beschreibung verlinken. Kommen wir zu meiner Strategie bzw. zuerst einmal zu den Zielen. Die anderen werden ja eher stärker in Aktien gehen, wobei ich monatlich mich eher auf Sparpläne mit ETFs konzentrieren werde. Mein Ziel ist es dort eine möglichst maximale Rendite bei geringem Risiko, bei möglichst wenig Zeitaufwand. Dieser Zeitaufwand ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Sprich, ich möchte rüberbringen, dass jeder das umsetzen kann mit nur lediglich 25 Minuten oder weniger im Monat. Damit ist meine Strategie wirklich dann für jeden umsetzbar, sei es für Studenten, Berufstätige, Familien mit Kindern, Alleinerziehende bis hin zu Rentnern. Die Summe von 250 Euro darf man jetzt auch nicht ganz starr sehen. Ein paar Euro mehr oder weniger machen hier keinen Unterschied, wie man gleich noch sehen kann, da ich auch über mehrere Monate investieren muss. Weitere Rahmenbedingungen für mich sind nach Möglichkeit Kosten zu vermeiden, sprich kostenlose ETF-Sparpläne zu nutzen, wenn es dort welche gibt, die auch zur Strategie passen. Ich nehme natürlich keinen ETF, nur weil er kostenlos ist, aber die Strategie passt mir gar nicht. Außerdem werde ich Fokus auf ausschüttende ETFs legen, sofern es da auch wieder welche gibt, um von Anfang an schon Ausschüttungen zu haben. Das übrige Geld oder das, was an Rückflüssen rauskommt, werde ich dann gleich zum Rebalancing wieder reinvestieren, um das Portfolio anzupassen. Ich werde mit der schon von mir oft erwähnten All-Weather-Strategie an den Start gehen und werde das Ganze natürlich nur mit ETFs abbilden. Das All-Weather-Portfolio von Redalio, einem der erfolgreichsten Hedgefonds-Manager-Welt, ist nach einer langen Suche nach der optimalen Asset-Allokation die zukünftigen ungewissen Marktergebnisse gut abzufedern, erstellt worden. Und diese verschiedenen Marktphasen kann man hier in diesem Blogbeitrag super schön sehen. Man hat hier Prosperity, also Wachstum in einer Wirtschaft, 25% Wahrscheinlichkeit eine Wachstum, aber die Inflation ist sehr stark. Dann hat man eine Rezession mit einer Inflation, hat man zum Beispiel in den 70ern gehabt oder die Rezession mit einer Deflation, was man in Japan hat. Und das sind so diese vier Jahreszeiten, wie ihr sagt, die eintreten können und die haben alle Wahrscheinlichkeiten von 25%. Und jetzt kann man schauen, okay, welche Asset-Klassen funktionieren in welcher Phase vielleicht gut oder weniger gut. Und das wurde hier gemacht, man guckt hier bei Growth and Rising, Stocks funktionieren, Emerging Market Bonds, Commodities, Corporate Bonds und so weiter und so fort. Aber wenn eine Inflation kommt, Inflation Falling, dann helfen natürlich Treasury Bonds, aber auch Stocks und so weiter und so fort. Und das hat man mit allen Wahrscheinlichkeiten gemacht. Und daraus kann man dann die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Phasen wirklich berechnen, beziehungsweise wie viele Anteile man dann wirklich auch von den einzelnen Asset-Klassen kaufen soll. Das ist dann hier stattgefunden. Und in der Summe der ganzen Portfolios ergibt sich dann für die Stocks 18,75%, Emerging Markets 14,5%, Commodities, also die Rohstoffe, Unternehmenseinleihen, Treasuries und inflationsgeschützte Anleihen. Das ist also das Portfolio, was ich nachbauen werde. Und ich habe da schon mal was vorbereitet im kleinen Excel-Sheet, was ihr natürlich auch bekommen werdet. Hier habe ich dann schon die ETFs, die ich jetzt in den Sparplänen kaufen möchte. Das sind an der Zahl 8 Stück. Einmal hier die Aktien, MSCI World ausschütten. Den MSCI Merge Markets habe ich leider kostenlos nur thesaurierend gefunden. Hier stehen auch die ganzen ISN-Nummern. Könnt ihr euch natürlich dann auch rausziehen und genauer anschauen nochmal. Gold und Comstage, die sind leider nicht kostenlos besparbar, ebenso wie die Emerging Markets Anleihen. Und diese ETFs werde ich jetzt monatlich immer wieder kaufen, um dann das Portfolio aufzubauen. Und wie befinden die Anteile am Anfang? Wir haben jetzt noch keine Ist-Werte. Hier haben wir die Soll-Werte, die wir eben in der Folie vorher gesehen haben. Aber hier haben wir, wir wollen die 250 Euro pro Monat investieren. Dort sind es dann jetzt 32,80 Euro zum Beispiel für den MSCI World. Bei den MSCI Merge Markets haben wir jetzt das Problem, dass es nur 14 Euro sind und das Minimum sind ja 25 Euro. Aber das können wir ganz einfach umgehen. Das wir jetzt zum Beispiel den MSCI World, den besparen wir monatlich und den MSCI Merge Markets besparen wir einfach nur alle zwei Monate. Also wir starten dann gleichzeitig, aber dann setzt da andere einmal einen Monat aus. Und damit können wir auch ganz einfach die Strategie abbilden, obwohl wir eigentlich mehr bräuchten, beziehungsweise die Minimum-Sparrate 25 Euro ist. Das war nochmal der Hinweis, dass man wirklich nicht mehr oder weniger braucht als diese 250 Euro. Das geht natürlich mit allen Summen. Und wir wollen jetzt gleich mal so einen Sparplan anlegen. Werde ich natürlich jetzt nicht von allen zeigen, weil das den Rahmen des Videos sprengen würde. Aber ich zeige es mal hier für einmal den MSCI World, MSCI Merge Markets und für das Gold, damit man mal alle drei verschiedenen Varianten gesehen hat. Nämlich hier muss man alle zwei Monate nur investieren. Und hier bei dem Gold haben wir einen Sparplan, der nicht kostenlos ist. Also starten wir doch erstmal mit dem MSCI World. Wir gehen dann auf die Consors Bank, gehen hier auf Mein Konto, Mein Depot, Sparpläne und starten einen neuen Sparplan. Fügen hier unsere Adresse des ETFs einfach mal ein. Dann bekommen wir hier angezeigt, um welchen ETF sich handelt. Hier haben wir den X-Trackers MSCI World. Haben jetzt die allgemeinen Informationen, die wir uns alle durchlesen, Verbraucher und so weiter und so fort. Dann habe ich hier, nennen das einfach mal Altersvorsorge das Ganze. Der Name ist jetzt MSCI World Sparplan Offensive, SO nenne ich das mal, damit ich mit meinen anderen dann nicht durcheinander komme. Das war monatlich, immer zum ersten des Monats oder zum 15. Ich mache das Ganze mal zum 15. Damals ich noch etwas Zeit habe. Das beginnen wir dann am 15. Oktober. Und das Ganze so ausgeführt sind, machen wir jetzt mal kein Ende rein. Die Sparrate, die war 32,80. Und dann, wo soll das Ganze eingezogen werden, mache ich dann natürlich von dem jeweiligen Konto, nämlich dem internen Verrechnungskonto. Und dann geht es auch schon auf Weiter. So, hier habe ich da doch mal alle Informationen, dass das Ganze ausschütten der ETF ist. Das wollten wir ja. Wir haben keine Gebühren. Das ist der MSCI World. Das stimmt so. Also, Kostenausweis kann man sich nochmal hier anschauen, aber haben wir jetzt keine bis auf die laufenden Kosten. Und dann geben wir einfach mal den Mobile TAN an und dann gehen wir gleich auf den nächsten ETF, den MSCI Emerging Markets. Und legen dann gleich einen weiteren an, nämlich den MSCI Emerging Markets. Auch hier haben wir wieder unsere WKN-Nummer. Dann haben wir hier den Emerging Markets. Das stimmt so weiter. Verkaufsprojekt und so weiter und so fort. Ist hier wieder analog, deswegen mache ich das auch nicht für alle durch, weil wenn ihr das 2-3 Mal gesehen habt, kann man das einfach nachmachen. Hier auch wieder für unsere alte Sorge MSCI Emerging Markets abgekürzt mit der Sparplan-Offensive. Sparintervall ist aber jetzt hier nur 2-monatlich, weil wir hier ja unter den 25 Euro liegen, um auf diesen Betrag zu kommen. Machen wir auch immer zum 15. zum Monat. Das soll starten erstmalig am 15. Jetzt müssen wir natürlich die Sparrate, die wir monatlich haben, verdoppeln. Das wäre dann, das sind 28,16 Euro, also die 14 Euro eigentlich nur verdoppelt. Das ist natürlich kein Problem, das kriegen wir schnell ausgerechnet. Dann müssen wir ebenfalls hier unten wieder nur ein Konto angeben. Und dann gehen wir weiter, um unsere Order nochmal zu überprüfen. Ist thesaurierend, hat aber keine Kosten. Aber wir haben hier die 28 Euro und so weiter und so fort. Und lassen diesen jetzt auch ausführen. Und damit steht auch schon der nächste Sparplan soweit. Und wir können weitergehen zum dritten, den ich noch zeige. Weiteren Sparplan anlegen. Das ist das Gold. Das berühmte Gold der Borussia Stuttgart. Und hier sehen wir dann, dass wir eine Gebühr von 1,5% haben, die wir leider nicht umgehen können. Dordach bin ich mit d'accord. Dann haben wir hier wieder die Altersvorsorge. Wir nennen das jetzt hier Gold-Sparplan-Offensive. Damit wir das auch unterscheiden können von den anderen Sparplänen, die noch auf diesem Depot hier laufen. Diesen müssen wir auch zweimonatlich ausführen am 15. Weil wir auch wieder unter den 15, 25 Euro liegen. Pardon. Und dann, das macht er im Kopf, 33, 76. Und dann müssen wir auch wieder hier nur ein Verrechnungskonto eingeben. Und dann können wir auch diesen dritten Sparplan auf die Reise schicken. Nochmal überprüfen. Klar, haben wir diese Gebühr. Haben hier das Eubex-Geld. Das stimmt soweit. Eubex-Gold. Und können auch diesen auf die Reise schicken. Damit haben wir jetzt mal die drei gezeigt, die ich zeigen wollte. Mehr macht jetzt keinen Sinn, weil das einfach nur analog zu den ETFs ist. Einfach nur darauf achten, dass die Sparrate dann über den 25 Euro liegt. Beziehungsweise mal, dass das zweimonatlich ausführt. Habe ich aber jetzt gezeigt. Und dass Gebühren von 1,5% entstehen können. Ja, das war erstmal der Startschuss für die Sparplan-Offensive. Insgesamt geht es darum zu zeigen, welche Strategien dich ans Ziel bringen können. Mit welchem Aufwand, aber auch welchen Anlageinstrumenten. Es gibt weniger Raum zu schauen, wer jetzt der Beste ist. Und in einem Jahr natürlich kann man das auch gar nicht ausmachen, wer da der Beste ist. Weil der Zeitraum einfach viel zu kurz wäre. Das wäre schlicht und weg einfach nicht repräsentativ. Deswegen sehe ich auch davon ab, jetzt irgendwie hochriskante ETFs zu nutzen. Und volles Risiko gehen, um am Ende vielleicht als Beste in Anführungszeichen darzustellen. Weil am Ende habt ihr davon natürlich nichts. Mit den gemeinsamen Aktionen wollen wir euch helfen, die verschiedenen Stile parallel mal wirklich zu beobachten. Und anzuschauen, wie viel Aufwand die sind und was man erwarten kann. Aber auch wie man anfangs Ziele setzt, daraus eine Strategie entwickelt und das Portfolio aufbaut. Und das langfristig managen kann, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich hoffe, ihr könnt möglichst viel davon mitnehmen und eure eigenen Ziele und Strategien weiterentwickeln, um Vermögen aufzubauen. Für diese Serie über ein Jahr werden Thorsten, Aaron und ich immer regelmäßige Updates geben, damit ihr immer wieder auf dem Stand der Dinge seid. Also abonnieren nicht vergessen, damit ihr keines der Videos verpasst. Die Kanäle verlinke ich natürlich immer nochmal in der Beschreibung. Ansonsten, wenn ihr eure eigenen Strategie umsetzen wollt, habe ich hier auch nochmal das Depot von der Konsorsbank mit 20 Euro Prämie verlinkt. Und natürlich, wenn ihr keines der nächsten Videos vergessen wollt, vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren. Außerdem habe ich noch eine weitere Videoempfehlung für euch. Habt ihr Fragen oder Probleme, schaut auch gerne mal in der Facebook-Kommission vorbei. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Woche Sonntag.